Im heutigen Ratgeber-Test-Spezial geht es um Auto-Waschanlagen. Wer kennt das Problem nicht, liebe Zuschauer? Die Werbung verspricht Aktiv-Schaum-Beflockung, Turbo-Dampf-Strahlung, Sensor-Berieselung und dem verwirrten Verbraucher bleibt wie immer die Qual der Wahl. Wir haben uns deshalb acht verschiedene Waschanlagen-Typen vorgenommen und für Sie getestet. Beim ersten Modell handelt es sich um eine Anlage mit Turbo-Schlauch-Bedampfung, um den Kugenschutz zu lösen. Eine digital gesteuerte Berieselungs-Automatik sorgt für eine gleichmäßige Floschwasser-Beflockung. Anschließend arbeitet diese Anlage mit Turbo-Neumatischer Aktiv-Schaum-Beflockung. Spezielle Motorbürsten mit abgerundeten Konvex-Spitzen verteilen den Aktiv-Schaum besonders schonend und sorgen für eine extrem langfreundliche Reinigung. Und jetzt kommt das Besondere. Eine kombinierte Wachs-Dank-Trocknung, die das heißen... Da soll noch einmal einer sagen, Ratgeber-Sendungen sind trocken beim nächsten Modell... Bei ARD und ZDF sitzen Sie in der ersten Reihe.